Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es nochmal um Dateien hochladen, weil wir noch lange nicht alles gemacht haben. Und ja, wir wollen als erstes mal ein paar Checks durchführen. Also wir wollen zum Beispiel nicht jede Datei zulassen, sondern nur Bilder. Denn es macht keinen Sinn, irgendwas als Bild zu klassifizieren, wenn es keins ist. Also zum Beispiel stellt euch vor, ein User würde versuchen, irgendeine JavaScript-Datei oder sowas als Bild auszugeben. Und dann wird diese JavaScript-Datei jedes Mal ausgeführt, wenn jemand sein Profil anklickt, weil er sein Bild angucken möchte. Ist ein bisschen doof, deswegen vorsichtig sein, was ihr hier macht. Und was wir als erstes mal machen werden, ist folgendes. Wir beenden unser Skript sofort, wenn dieses $post nicht gestartet wurde. Also wenn wir keine Dateien quasi bekommen haben, wenn wir nichts submitted haben, dann können wir nämlich hier sagen, okay, fertig. Okay, if is set ist die Funktion, die ihr hier sucht. Und damit kann man überprüfen, ob dieser $post überhaupt vorhanden ist. Und dann können wir sagen, okay, wenn nichts gepostet wurde, dann sagen wir sofort, ist das Skript zu Ende. Gut, das ist mal das Erste. Sonst bekommt ihr nämlich eine Fehlermeldung, wenn ihr einfach nur die index.php-File aufruft, ohne irgendwas gemacht zu haben. Und das wollen wir natürlich nicht fehlen lassen, immer uncool. Gut, jetzt gehen wir her und checken die ganze Sache durch. Also tatsächlich, ob das Ding auch ein Bild ist und so weiter und so fort. Das machen wir hier zwischendrin, bevor wir die Datei verschieben. Denn wenn die Datei schon auf unserem Server ist, dann ist es ein bisschen doof. Okay, wenn wir sie nicht verschieben, wie gesagt, dann verschwindet sie einfach. Und dann können wir einfach das hier rauslassen. So, also wie checken wir jetzt das Ganze, ob es ein Bild ist? Wir sagen erstmal, wir brauchen noch eine neue Variable. $error ist gleich 0. Also wir haben aktuell keinen Error. Wenn es auf 1 ist, dann haben wir einen Error. So, und jetzt prüfen wir das Ganze, ob es ein Bild ist, weil wir wollen ja wissen, ob es ein Bild ist und nicht irgendwas anderes. Dazu legen wir eine neue Variable an. Die nennt sich einfach mal $ImageSize, weil wir die Größe des Bildes berechnen wollen oder uns auslesen wollen. Die Funktion dazu nennt sich GetImageSize. Und hier können wir jetzt angeben, was für einen Dateinamen wir gerne hätten. Also $-Falz, ihr kennt es ja mittlerweile, ist im Prinzip genau das da, weil wir wollen ja die temporäre Datei überprüfen, nicht den echten Namen davon. Also machen wir das einfach mal so und ja, jetzt kriegen wir quasi die Bildgröße. Naja gut, die Bildgröße kriegen wir aber nur, wenn es auch wirklich ein Bild ist. Und das ist das Schöne dran. Wir kriegen jetzt hier also eine Variable, die nennt sich ImageSize. Und über ImageSize können wir prüfen, if $ImageSize gleich False, also Fehler, dann haben wir eindeutig kein Bild und können sagen, naja gut, wir können hier jetzt einen Error ausgeben. Also $Error gleich 1. Hier könnt ihr gerne noch eine Fehlermeldung einstreuen. Und ich lasse das jetzt mal. Ansonsten geben wir einfach mal was aus. Und zwar $ImageSize hat auch noch ein paar wunderschöne Eigenschaften. Zum Beispiel können wir hier die Mimes ausgeben. Schauen wir uns einfach nachher mal an, was das genau ist. So, das wäre die erste Überprüfung, die wir hier durchführen wollten. Also erstmal prüfen, ob das ganze Ding auch wirklich ein Bild ist. Gut, jetzt kann es immer noch ein falsches Bild sein. Also zum Beispiel irgendwas nicht unterstütztes. Wir wollen also die Endung überprüfen. Also ich schreibe gerade mal, das hier ist die Überprüfung, ob es überhaupt ein Bild ist. Jetzt wollen wir die Endung überprüfen. Die Endung könnt ihr natürlich nicht nur mit Bild überprüfen, sondern ihr könnt die Endung mit allen möglichen überprüfen. Also einfach mal checken, was da so gerade abgeht. Dazu brauchen wir als erstes mal den Dateityp, also quasi die Endung. Ist im Prinzip relativ unspannend, ist eine Funktion. Ich nenne es jetzt einfach mal Dollar Endung, ist gleich. Und das Ganze bekommt ihr über die Funktion Path Info. Path Info ist auch ziemlich geil. Was wir machen wollen, ist folgendes Target. Ach, ich habe es nicht Target genannt, ich habe es Ziel Datei genannt. Und in unserer Ziel Datei steckt hier eigentlich schon Dollar Files Datei zum Hochladen Name drin. Also hier ist quasi Übernahme, bekommen wir den kompletten Hochladen Name von demjenigen, der die Datei hochgeladen hat. Also wenn ich jetzt irgendwas .png auswähle, steckt dieses irgendwas .png komplett in dieser Variablen hier drin, in diesem Base Name. Und diese Endung wird durch Path Info und Zieldatei, und jetzt kommt das Wichtige, das ist eine Konstante, Path Info-Extension. Das ist eine Konstante einfach, die euch in der Funktion Path Info die Extension, also die Erweiterung von der Datei ausgibt. Also in unserem Fall .png. Und hier können wir jetzt einfach mal prüfen, es kann natürlich auch noch was anderes sein wie .png. Hier können wir überprüfen, ob das jetzt tatsächlich die passende Endung ist. Also das funktioniert mit jeder Datei, nicht nur mit dieser Datei hier, sondern mit wirklich allen. Was wir jetzt hier machen, ist einfach folgendes, wir sagen, if$endung ungleich, was wollen wir haben? Naja, wir wollen haben jpg, das sind die jpg-Dateien. Und wenn es ungleich ist, Vorsicht, hier müsst ihr unbedingt ein und benutzen. Wenn ihr ein oder benutzt, dann bekommt ihr auf jeden Fall hier einen Fehler raus. Also wir werden hier jetzt dann den Error auch wieder auf 1 setzen. Dollar Error gleich 1. Und wenn ihr hier ein oder macht, dann wird dieses Ding hier immer true, weil es kann ja nur eine Endung haben. Wir überprüfen hier die mehreren Endungen. Okay, also Dollar Endung. JPEG, Vorsicht, ist auch noch eine valide Endung für ein JPEG-Bild. Dann haben wir hier vielleicht ein PNG-Bild. Dann haben wir noch ein Bitmap-Bild, BMP. Und keine Ahnung, was gibt es noch? Eine GIF könnte es natürlich noch sein, wobei eine GIF, weiß ich nicht, ob ihr das unterstützen wollt, das Ding ist halt bewegt. Das heißt, wenn ich hier GIFs zum Beispiel ausschließe, dann könnt ihr ausschließen, dass die Leute sich so mega nervige, ständig animierte Hintergrundbilder als Profilbilder machen, was wahrscheinlich meistens sinnvoll ist, die Dinge auszuschließen. Ich mag die Dinge irgendwie nicht. Okay. Gut. So haben wir jetzt überprüft, ob das Ganze eine passende Endung hat. Also wenn es das nicht hat, dann setzen wir den Error auf 1. Okay. Wenn es das hat, dann brauchen wir hier eigentlich nichts machen. Gut. Und jetzt sagen wir, wir wollen noch mehr überprüfen. Wir wollen nämlich auch noch die Größe überprüfen. Ach, halt nicht. Stopp. Wir wollen zuerst noch überprüfen, ob es die Datei schon gibt. Also, if, wenn die Datei schon existiert, und jetzt wird es echt langweilig, File-Exists. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, dass ihr hier den Namen vom Hochladen benutzt. Das heißt, hier wird überprüft, existiert die Datei schon in eurem File-System. Aber wenn ihr hier über den Temp-Namen nur geht, also hier nicht den Namen benutzt als Zieldatei immer beim Kopieren oder beim Verschieben nachher, dann bekommt ihr diesen hässlichen temporären Namen und der ist jedes Mal anders. Und in dem Namen steckt, glaube ich, auch nur die Dateiendung drin. Ich bin mir nicht sicher, ob er im temporären Namen drinsteckt. Okay. Was wir hier jetzt also machen, ist, wir überprüfen, ob die Zieldatei schon existiert. Also, File-Exists, Zieldatei. Ja, wenn sie schon existiert, was wollen wir dann machen? Dann sagen wir, nope, wir laden die Datei nicht nochmal hoch. Vergiss es. Einmal Server belegen reicht. Gut, also Dollar-Error ist gleich 1. Okay. So, nächste Baustelle, die wir noch haben, die Dateigröße. Ihr erinnert euch, die Dateigröße war aktuell beschränkt auf, ich meinte 128 MB. Schaut im letzten Video nochmal nach. Ich meinte, es waren aber 128 MB. Natürlich sollte ein Bild nicht unbedingt 128 MB groß sein. Deswegen wollen wir hier auch ein bisschen beschränken. Selbst YouTube hat für seine Thumbnails eine Beschränkung von 2 MB. Also, ihr seht, da ist schon so ein bisschen, ja, da kann man ruhig mal ein bisschen enger sein. Und wie wir das machen, ist folgendes. Wir sagen einfach wieder über $-Files. Wir haben sie genannt, Datei zum Hochladen, aber ich mache da einfach ein Kopieren draus. Ich bin da zu faul, das alles abzutippen. So, und wie gesagt, das ist ein zweidimensionales, assoziatives Array, aber das muss euch eigentlich nicht mal unbedingt was sagen. Ihr bekommt über Datei zum Hochladen die Datei und über Name, Temp-Name bekommt ihr die, ja, Dateiname, beziehungsweise temporäre Dateiname. Und über Size bekommt ihr die Größe. Also, if dieses ganze Ding, die Größe davon, wenn das größer ist, so, und jetzt wird es spannend, ähm, was nehmen wir hier? Wir sagen einfach mal, ähm, naja, hier drin stehen die Bytes, also in Size stehen die Bytes drin. Das heißt, ihr müsst hier überprüfen, wie viele Bytes darf das Ding maximal groß sein. Und jetzt wird es spannend, also wir sagen jetzt mal, wir wollen zwei Megabyte haben. Naja, zwei Megabyte, also zwei mal, okay, jetzt sind wir bei Kilobyte mal 1024. Und dann sagen wir Kilobyte auf Byte runterrechnen ist nochmal 1024. Hier könnt ihr ruhig diese Multiplikation stehen lassen. Ich habe keinen Bock, das umzurechnen. Und ich glaube, ihr habt das auch nicht. Ähm, das kann man durchaus so lassen. Also, wenn man hier diese Dateigröße hat in Byte, dann einfach hier, wenn ich es ein Gigabyte haben wollte, einfach nochmal mal 1024 und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube nicht, dass wir Terabyte so bald schon brauchen werden bei Datei hochladen. Gigabyte kann durchaus mal sein, aber ich glaube nicht, dass irgendein Server von euch Terabyte unterstützt. Wenn ja, lasst mich bitte wissen, ich will unbedingt Terabyte hochladen. Sehr gerne. Okay, ähm, wir wollen hier also eine Datei mit maximal zwei Megabyte hochladen. Und falls diese Dateigröße größer ist als zwei Megabyte, setzen wir auch hier den Fehler Dollar Error auf 1. So, und jetzt sind wir eigentlich soweit durch, glaube ich. Wir können jetzt, wir haben jetzt hier vier Überprüfungen gestartet, ähm, die eigentlich alle sehr sinnvoll sind. Und falls diese Überprüfungen, ähm, hier einen Fehler ergeben haben, also if Dollar Error ungleich 1, falls diese Überprüfungen keinen Fehler ergeben haben, dann führen wir das hier durch und ansonsten lassen wir es einfach mal sein. Ach, verdammt, das wollte ich natürlich auch nicht. Ähm, ja, eigentlich wollte ich das hier, ich wollte es einrücken. Okay, so, jetzt können wir das Ganze nochmal laufen lassen, einfach so zum Spaß, mal gucken, ob es funktioniert. Gehen zurück zum Hochladen, Datei auswählen und wählen hier unter, okay, das sollte nicht hochgeladen werden. Na gut, egal. Ähm, gut. Also Upload und fertig. Und was sehen wir? Wir bekommen keine Meldung, dass die Datei erfolgreich hochgeladen wurde und auch kein Fehler. Nein, das liegt daran, dass die Datei schon vorhanden ist. Das heißt, hier ist was schiefgegangen. Wir haben ja das letzte Video schon diese Datei hochgeladen. Ihr seht es hier, das MoLogo 2 wurde schon hochgeladen. Das heißt, wir können die Datei nicht nochmal hochladen. Hier ist keine Fehlermeldung. Könnt ihr gerne eine einfügen. Ähm, aber deswegen hat es jetzt gerade nicht funktioniert. Gut, sehr gut. Also, die Überprüfung hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Jetzt sehen wir einfach mal eine Datei, die noch nicht hochgeladen wurde. Also, zum Beispiel, wo sind wir? Ähm, das Crypto.jpg. Das wurde, glaube ich, noch nicht hochgeladen. Upload und Datei wurde erfolgreich hochgeladen. Und wir sehen hier in den Uploads noch ein Crypto.jpg. Sehr geil. Also, es hat funktioniert. Somit habt ihr einige Überprüfungen und, ja, sehr sinnvoll. Gut, nächstes Mal geht es wahrscheinlich nochmal um Dateien. Aber wahrscheinlich auch eher, wie ihr Dateien vom Server lesen könnt. Das ist auch nämlich eine spannende Sache. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns. Bis dann. Ciao.